Vollzeit! Also ich habe wahnsinnig Flugangst und auch eine große Maschine. Und jetzt möchte ich heute mit der neuen 107 die Flugangst überwinden mit dieser kleinen Kiste hier. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und sagen Hals- und Beinbruch. Ich bin total voll mit Adrenalin. Und ich könnte jetzt Bäume ausreißen, vielleicht bloß ganz kleine, aber ich könnte sie rausreißen. Ich habe total keinen Schiss gehabt. Ich durfte alle selber fliegen, bin sogar selber gelandet. Und total gaga noch von der ganzen Aktion. Also danke neue 107, super. Jetzt kann es in jedem Fall, Leute macht mit. Das ist genial. Auch wenn ihr Schiss habt, macht es ja. Das ist super. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja. 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 Ja.